servus und hallo zu larry in der letzten folge haben wir dieser start-up praktikanten zum neuen job verholfen sind jetzt der neue praktikant und hammer koordinaten bekommen wo das server im wasser steht und da würde ich sagen tun wir jetzt einfach mal hin was ist ich bin brief bin kein post nein du bist praktikant aber du kannst ja dahin schauen ich lasse sogar die okay irgendwas müssen wir damit machen aber da kann ich jetzt noch nichts schon zum schiffsfriedhof bzw mit haben wir die koordinaten haben wir ja bekommen jetzt ist die die insel hier auch gutem aufgeschrieben hat minus 11 und minus 13 minus minus 11 und minus 13 wenn ich so richtig aufgeschrieben habe schwimmen wir mal dahin ja taucher stelle ich wüsste wie man ewig lange die luft anhalten luft er habe ja gesagt luft brauche besser nicht luft das lässt sich nicht kommen die beiden sachen funktion okay da kann jetzt tatsächlich erst mal nix machen ja hilft nix brauchen nur taucher ausrüstung aber das kann man noch machen schwimmen erst mal wieder hierhin sehr nett das ist mit das gemick habe ich hier irgendwas nein er ist mit irgendeiner er hat ja gesagt habe das schiffswrack ist direkt daneben neben dem wo die ihren server abgestellt haben jetzt schau mal auf die die kannibalen inseln waffen island und spricht mal schauen wir wie es unserer praktikantin geht brauchen immer etwas das geliebt wurde servus hey du bist ja wirklich hier gelandet ja danke für deinen tipp das ist wirklich genau der richtige ort hier kennst du die königin die weiß wovon sie redet oh ja sie hat mich nicht mal nur als praktikantin angestellt sondern gleich als junior nutrition manager was macht man da aufschnitt okay damit ihr noch mal sprechen kann ich eine audien natürlich nicht die königin hat warum denn was macht sie die sie sagt sie aber nicht du musst zugeben dass das ruhe bis später das ist das heilige es sind lauter zerfleddert es sei du sollst nicht bei einem oder hier wenn ihr also liegt denn ich also lassen sie sich männer ich hoffe du musst zum geist werden war das was ich bei ihr brauche hier war der friedhof sprechen wir noch mal mit ihr schwester okay das hat man alles das hat man auch ich muss ich muss okay da kann man nichts machen da muss ein geist da muss er geist werden aber wie kann ich geist werden das wir weiß noch nicht ja sprechen wir noch mal mit dem mit dem zwerg da im käfig vielleicht kann man dir irgendwas helfen du hast doch was von einer außerkörperlichen erfahrung erzählt wie funktioniert das das ist ganz einfach man benötigt dafür nur ein erfahrungsgerät ein was eine hochmoderne anlage mit der zwischenzeitlich der geist den körper verlassen kann um dann allerlei schandtaten ja 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 aber welche gerät wo findet es okay kann ich hier sowas auftreiben ich glaube im archipel gibt es so etwas nicht aber ich habe eine detaillierte beschreibung bei mir habe hier eine anleitung erstellt mit der man so eine erfahrungsmaschine bauen kann mein herr wofür soll der denn gut sein ein gerät für gerade sie verstehen schon mein herr ich kann nicht ganz folgen damit sie lassen ihre das klingt nicht allerdings dafür kann ich mich gern an ich behalte gern klingt aus dem käfig heraus bin ich natürlich die käfig tür ist nicht abgeschlossen aber sie ist an einen alarm gekoppelt vielleicht haben sie ja so viel geschickt mich aus meinem und assistiere ich allzu gern bei ihrer ich tue es nicht gern aber ich gerne die die anleitung in deine bauplan app larry okay ich muss okay die fiktur der alarm ist losgegangen nein ich hey was ist hier los wo ist denn der kleine hast du ihn da etwa in dein buch er muss da irgendwie rein steck ihn sofort hier fällt es auf wenn es winkel aus dem käfig verschwunden ist moment das will ich mal probieren ob man hier die die puppe einsetzen kann das wäre doch gut wenn man da puppe draus baut das verspricht mir keine genüsse warum bin jetzt wieder im käfig land es ist so baggede zum teil okay mal bei allen paar sekunden habe ja zeit der alle in nimmer und dafür setzt man ihn hier rein hey ja 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 ist denn der kastein hoch stecken zurück mit dir verflucht gut wir bringen ihn hier raus muss ja irgendwie gehen wissendes alarm teil gibt es der kabel dazu irgendwie schalter hoch und runter bringt mir zu auch nicht so viel fahr mal wieder runter jetzt haben wir mal den den bauplan an was sie da braucht für für das teil ein kühlender entspannungstank ist die basis für alles okay ein mittel dass die herzfrequenz absitzt habe ich schon die schlaftabletten eine hals fixierung ist nötig brauche kissen oder so was wichtig ein erfahrungsbegleiter muss alles überwachen das ist das wingel das habe ich denn im inventar warum ist jetzt mein inventar weg hier ist es das ist das das sind die schlaftabletten sind weg mittel dass die herzfrequenz absenkt von mir aus und abkissen ein nacken stütze ein nacken stütze mit was kann man denn an nacken stützen ja das bringt mir nix genug davon ok hm freiwillig gehe ich da nicht rein und selbst wenn ich was rausholen könnte werde ich das nicht tun das ist gut so wie ok was was sagten sie versagte mir aufgaben buch ich habe warum habe ich keine neuen aufgaben drin blöd ja das hat man ja ich würde es vielleicht findest was hat sie noch hast du ihr betriebs haben wir doch schon ketten haben wir alles auch nicht auch nicht du solltest irgendwie vielleicht hast du hier guter ja das kühltigen hammer bringt was wenn ich mit ihm nochmal spreche ich muss kommt jetzt tatsächlich erstmal nix mehr machen hier die insel hat man nichts hier war die tauchstelle wo ich nur immer nicht weiß wie luft bekommen ich nehme mal hier hin wieder mit irgendjemandem sprechen kann taucherausrüstung die in not weiter bis später mit ihr auf dem berg da kann man doch auch noch mal sprechen irgendwie das brötchen trifft nur so von alkohol ok bringt halt jetzt erstmal auch nix so mit ihr sie sieht aus als könnte sie sich am klein so einfach geht der nicht auf der lässt sich so nicht öffnen hallo niemand antwortet ok einfach mal dagegen hauen das hilft mir nicht besser nicht die beiden sachen sieht heimelig aus ma ich hasse zelt urlaub ok bringt auch nix hm luft wie ach Gott wie wir machen das mit der luft ich spreche einfach nochmal mit alle bleib locker ok hat er nix heimelig aus hallo ich das Vielen Dank.